. . . Vorsicht, dritter Boy, Sasuke. Lol, auf einem Hintergrund. wir müssen die ganzen kleinen piechere umkriegen ja wie immer ich glaube immer ein schwert drauf und recht ist dauernd ok los los wie lange hat das reagiert zum aktivieren komisch ich schieße mit dem pfeil drauf oder wirst du in der mitte bleiben sag das doch dass du da bist nein er hat ja drunter wieso dann ist jetzt echt egal ja dann ist er nach rechts gelaufen laguna ist dann nach rechts gelaufen was habt ihr gerade ist echt nicht normal bei euch echt nicht normal ja ihr fehlt in der mitte nicht wir wo ist ein ritter loll loll was ja 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 Überall ist dann. Oh, dann geh du bei mir, Times, geh du bei mir, ich mach das nicht, hab ich keinen Bock drauf. Herz. Okay, danach mach ich, als nächstes mach ich Pfeil. Damit du Bescheid wirst, dass nicht auf einmal, ne. Hä, ich hab... Oh, ne, scheiße. Ja, egal, das schaffen wir schon. Äh, der nächste. Hast du super? Leon? Also sterben gehen. Dann wird's bei Oryx wieder so laufen, dass ich immer mit, äh, Laguna drauf springe, ne. Wird. Dann weiß ich schon mal jetzt Bescheid. Ja, der Wurm ist gleich draußen. Ja, das stimmt. Hat jeder seine Münze drin? Alter, wo sind die... Äh, den... den da noch. Jetzt müsste oben noch den letzten umlegen liegen. Dann haben wir alle, glaube ich. Ja, er hätte ja sein können, dass ich ihn vielleicht noch erwischt hast, ein bisschen. Noch einer. Dann töte ich ihn schnell. Gut. Alter. Ich schieße ihn mal anders nieder. Nicht mich. Also, ich schieße wieder zweites mal'n Pfeil. Ah, ich hab doch gesagt, ich schieße zweites Laguna. Witzbold, ey. Na gut, dann schieß du. Nein. Schieß. Äh, na gut, dann ich. Äh, was denn nun? Hä, leck mich doch am Arsch, ey. Ganz ehrlich. Ah, leck mich doch, ey. Ganz ehrlich. Wir haben über die Hälfte abgezogen. Alter. Gibt's gefallen. Gibt's gefallen. Gibt's gefallen. Gibt's gefallen. Gibt's zwei gefallen? Gibt's zwei gefallen? Gibt'saghlawiser? Ah, das verstehe ich auch nicht. Gibt's Credit Miami-Bathfilter. Gibt's Opfer vivir geschickt. nur als drittes fertig genau dann legen wir das jetzt so nämlich fest ich habe jetzt nur 7 schuss sniper ich hoffe mal da kommen gleich noch ein paar ich brauch dringend was hatte ich schon eine deswegen ich habe sieben schuss nur ich dann noch ein bisschen reinkriege denke ich aber schon da kommt viel zu uns ja dann ich dann da liegt da keine muni oben willst du mich verarschen ja 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 Okay, los 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 los. Oh Gott, da kann ich doch noch wie hochgelaufen. Ich riech auf ihn, da ist gleich ein Tod. Äh, die hat vielleicht geschossen? Ja, Laguna, was ist los? Damage wird sehr viel höher gewesen. Ja, ich habe einen Eming-Troll. Ja, ich habe einen Eming-Troll. war ja auch lebensmüde ich mir recht hexe ach du scheiße und diese normale roten tot Vielleicht ist er dran.